Was ist die Landwirte? Das ist einfach so. Aber wenn man ein paar Mal so einen Lehrgang mitgemacht hat, mal ein oder zwei Tage und ist dann von einem Journalisten der Andreas Hermes Akademie mal gerade gemacht worden, dann sieht man eine gewisse Sache anders und geht auch mit Medienleuten andersrum. Man muss eben dann auch ein bisschen in Vorleistung gehen und dann auch in dem guten Gefühl mal Rede und Antwort zu stehen. Denn wenn man Bedenken hat und nicht weiß, wie man rüberkommt, dann hilft einem so ein Training dann eben auch, dass man dann ein bisschen gelassener in die Situation geht. Weil man muss schon eine entspannte, gelassene Atmosphäre haben, um das nur noch kriegen zu können. Sonst geht es einfach nicht.